Dana, ich brauche eine neue Route. Was ist passiert? Ich dachte, wir hätten Sie verloren. Ungeplanter Stopp. Wo bin ich? Wie sind Sie da hingekommen? Warten Sie. Es ist nicht die angenehmste Route, aber sie bringt Sie zum Wohnbezirk Cassini Towers. Verdammt! Kite Man hat Ihr Signal wieder. Gehen Sie weiter. Okay. Sie sind denen sehr wichtig, Isaac. Passen Sie auf dich auf, ich melde mich bald wieder. Alter! Krass! Hier sind wir glatt dreimal gestorben, wegen dem ganzen Scheiß. Oi, 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 oi. Naja, zum Glück haben wir es geschafft. Da hinten haben wir wahrscheinlich sowieso nichts. Also werden wir da auch gar nicht erst hingucken. Hier haben wir 1000 Reddits, das ist gut. So, und, äh, ja. Zu wenig Schuss haben wir auf jeden Fall. Ja, haha, alles klar. War da noch irgendwas? Ja, ein Energieknoten. Und irgend gehört da mal hinten auf zu schreien, kapiert? Ist klar. Gehste kacken. So. Haben wir es geschafft. Zum Glück. Äh, kleine Unterbrechen. So. Und da sind wir auch schon wieder. Von diesem ereignisreichen Tag. Wie auch immer. Äh, ach nö, nicht schon wieder so eine Station. Äh, war da irgendwas? Hier ist... Hier ist... Ach, halt doch die Klappe. Bubble Chew gehabt, oder was da immer auch statt. Ja, da ist sicher doch. Ach, halt doch. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh. Oh, oh! Oh, oh! Ach ja, komm! Leck dich doch am Arsch! Alter! Ist klar! Äh! Das glaub ich einfach nicht. Alter, so oft bin ich ja nicht mal in Dead Space 1 gestorben. Man, 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 man. so die wählen wir natürlich sofort aus ist klar genau hier haben wir die credits lalalalalala leck mich amarsch lalalala nein 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 mach doch mach doch mach doch ja leck mich amarsch Alter, leckst du mich ab, Arsch. Nee. Alter. Nee, töt' nicht. Oh, Scheiße, sie haben mich gefunden. Einfach nur Psychotatyp. Alter, verhaltei, haben wir doch glatt das Ganze nicht geschafft. Ja, 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 ja. Okay, egal. Können wir sowieso gleich erstmal noch, äh, Stasenpacks brauchen wir sowieso nicht. So, und die, äh, ja, super, die Haputensperre können wir uns natürlich nicht kaufen. Egal. Ey, wir speichern ab, Alter. Nach dem ganzen Massaker jetzt hier gerade. Nach dem ganzen Massaker hab ich keinen Bock mehr, den ganzen wieder, schon wieder zu sterben, ey. leck mich am Arsch, Alter. Ähm. Wo müssen wir denn lang? Oh, hups. Oh, hier ist da einer. Okay. Bist du denn auch hier lang? Ja, wir müssen den Fahrsturz. Hey, jetzt. So, was haben wir jetzt alles? Wir haben nur, äh, äh, Plasma-Katabolition. Ja, wow, super. Hey, Dana, zwei Lehrer, den ich im Krankenhaus schon gesehen habe, kontaktiert mich ständig. Nolan Strass. Er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Ja, warum wohl? Du scheiß Marke, Alter. Aber nein, darüber denkt ja keiner nach. Ist ja immer jemand selbst in Schuld, ne? Da war er doch. So, genau zur Hälfte. Perfekt. WTF? Wir haben keine Munition für das Ding. Warum habe ich die Munition verkauft? Ich trotte. Dana, ich dachte, Sie bringen mich zum Wohnbezirk. Das hier sieht aber nach einem Munitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig. Ist klar. Das kann man ja auf Potential. Ist klar. Oh Gott, ey. Ich hasse das jetzt schon hier. Textlog. Ja, ich habe vorhin Textlog außerdem einfach mal übersprungen. So, wir machen mal was ganz lustiges vorher. WTF? WTF? Ähm, ja. Ist klar. Auf jeden Fall. Wow! Alter! Ich glaube, unsere Sterberatte ist gerade voll in die Höhe geschossen. Oh, geil, Alter. Kürzen Sie Stase im Kampf? Ja! Jetzt fällt dir das aber auch früh ein, ne? Oh! Ah! Geschafft! Geht doch! Ja! 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 Yeah! So, haben wir es endlich. Kleine gesparten Viecher, Alte. Was ist das da? Hi! Haben wir es jetzt? Hau wieder. Ein Hubsu. So, Milipack erstmal. Was haben wir denn hier? Nix. Nix. So, gut. Jetzt können wir erstmal den danach laden. Das hätten wir endlich geschafft. Rein damit hier. Ab in die Luke. Da wer weiß, ob Isaac überhaupt noch so psychisch stabil ist, nachdem er so oft gestorben ist. Ich glaube, der ist noch mehr. Weil wir ihn so massakrieren lassen. So, Nummer eins. Ey, drückt mal bitte. Ja. So, das hätten wir auch. Naja, wir wissen. Wir wissen, wie die Zombies gekillt werden. Weil der Typ sagt ja nur, wie die Zombies gekillt werden. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Danke schön. Danke schön. Danke schön. So, auf geht's. Sollte ich in die Rink investieren? Ja, einen investieren wir auf jeden Fall da rein. So, Plasma Cutter. Wo gehen wir lang? Gehen wir oben oder unten lang? Wir gehen oben lang. So, das hätten wir. Das war's. Nein. Das war's. WTF? Okay. Oh, egal. Wir haben sowieso jetzt wieder Munition gekriegt. So. Weiter geht's. Eintritt Schwerelosigkeit. Okay. Ähm. Da war noch was. So. Hier drüben ist nämlich auch noch eine Kammer. Wie man so nicht reinkommt. Muni. Immer wieder gerne. Wieder Muni. Immer wieder gerne. Uh, der Energieknot. Das seh ich doch gerne. So. Das hätten wir geschafft. Wir müssen wieder zurück. Genau. Komm schon, komm schon. Zieh, zieh, zieh. Zieh, zieh. Zieh. Komm schon. Komm schon. Schön gemacht, Isaac. So stell ich mir das doch vor. Allerdings nicht im Dunkeln. Äh, wo bist du denn lang? Ich seh nix. Warte hoch. So. Hi. Oh, da. Eiyah. Ey, Pulsfrogekriele, was weihe ich. Pulsfrogekriele. So, was haben wir denn hier so feines? Auf jeden Fall jede Menge Geld. 17 Schuss für beide? Oh Gott. Weich nicht wenig, muss ich sagen. Aber egal. Wir haben gleich sowieso noch was zu verkaufen. Von der sich gesehen, ist das völlig egal, was wir daraus machen. Abgesehen davon, wenn ich das hier am Hochladen bin, habe ich das Projekt schon längst abgeschlossen, denke ich mal. Und das heißt, ich habe das schon länger vorbereitet und sowas. Wieder Textlock. Ja, ja, ja. Oh, ich glaube, das ist groß genug. Fällt da oben wie eine Fliege, du. Habe ich jetzt. Danke. Haben wir hier noch was? Nö. Das ist auch nichts. Alter, wer ist so psycho und hängt sich so ein Bild da hinten auf? Alle Dead Space User. Ja, leck mir warscht, du. Auf jeden Fall. Sehe ich genauso. So. Der Psychotismus hätten wir beendet. Zumindest vorerst. Da müssen wir auch lang. Da. Okay. Also gehen wir immer in die gegengesetzte Richtung. Merkt euch, niemals in die Richtung gehen, wo es euch angezeigt wird. Man sucht erstmal ab. So wie hier. Aber so langsam war man sicher, sollte ich mal in den Staats investieren. Aber egal. Ich bin dabei. Hetz mich nicht. Kapito. Was ist so? Okay, so geht's auch. Hört auf mich zu rufen. So, haben wir hier keine Sprecherstation oder was?